Entschuldigung, ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass Sie mit Ihrem Smartphone zu kämpfen scheinen. Arbeiten Sie an etwas Bestimmten? Wie haben Sie das denn bemerkt? Genau, ich erstelle einen QR-Code mit QR-Generator Pro. Das ist die perfekte Lösung dafür. Vollkommen kostenfrei, ohne In-App-Käufe und vollgepackt mit Pro-Funktionen. Die das Erstellen und Teilen von QR-Codes zum Kinderspiel machen. Wow, ich bin begeistert. Das ist alles kostenlos. Und jetzt im App Store.